und Steine sagen dass es bleibt Material was das stelle sogar glatte Steine aber glatte Steine sehr gerne wo sind sie sehr aufwendig und auch nicht die schönsten aber ich mag das Gefühl dass sie mir geben was für ein Gefühl geben sie euch denn eins von Sicherheit sehr relativ stabil dem kann ich zustimmen ich mag es auch wenn man sie benutzt so nun benötige ich eine Leiter her so schade so so 3 sehr gut und ah schön mit der Leiter kann man das sehr gut machen was mit dir sind Leiter nicht etwas schönes ja sie sind praktisch sie nehmen sich sehr viel Platz weg und man kann doch eben ja 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 bequem die Etagen wechseln ja 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 ihr habt doch jetzt auch eine Leiter in eurem Haus oder ich benutze eine Treppe eine Treppe in eurem Haus ja ja es hat sich und ich hatte eine Stelle ja wenn ihr wenn das wenn es funktioniert dann gut ansonsten würde ich denke ich mal in euer in einem Haus wie eurem eher eine Leiter vorziehen dass ihr weniger Platz braucht ja das habe ich zuerst auch gedacht doch dann habe ich diese perfekte Stelle für eine Treppe gesehen dann ist doch gut und man ist ja wunderbar ah ja euer Haus sieht jetzt ganz schön aus und ich habe ein Skelett größtenteils mit der Hand erledigt weil ich keine Waffe machte mein Schwert ist zersprungen sollte man ein neues machen und meine Fackeln sind bald alle das ist nicht so gut ja wie gesagt ich brauche viele zum ordentlich ausleuchten aber ich kann auch manche Fackeln die ich während des Baus auf den Boden gestellt habe wieder entfernt ja ah sehr gut gut sehr gut so schön gut mehrbracht kann man dem Hause die 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 er auf einmal an einer ganz anderen Stelle. Nachdem ich dort, wo er vorher saß, zwei Fenster angebracht habe. Naja, das kann gut sein. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Fackeln anders platziert habe als im Rest des Hauses. Also umplatzieren. Die Tücken des Hausbaus. Zumal man ja alles schön einheitlich haben möchte. Was haltet ihr von meiner Fenstereinteilung? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, aber so was ich bisher sehe, sieht doch auch ganz akzeptabel aus. Ja. Nun konnte ich nicht überall Gasscheiben verwenden, da es nicht funktioniert hätte. Ja, das ist bei eurem Haushalt so. Ja. Aber dafür ist es schön. Begebt ihr euch auch ins Bett? Ja, gleich. Ich platziere noch schnell die ganzen Fackeln um. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Und... Ich sehe euch von hier aus. Ah. Ich sehe euch. Ich sehe euch von hier aus. Ah. Ich sehe es, wenn ihr... Schön. So. Ich gebe mich gerade auch mal wieder nach draußen. so ach ja diesen raum hatte ich ja auch schon eigen gerichtet ein wenig zu ist ich habe übrigens weiteres gelass welches ich bin hier ist ich es tun soll mal ein stück hier weiter nach da runter und dann haben wir hier aber eine idee was hältst du davon wenn ich in meinem Haus eine Latrine baue ja eine Latrine könnten wir tatsächlich ganz gut gebrauchen haben wir glaube ich noch keine ihr könntet in euer Haus eine Latrine bauen ihr könntet allerdings auch noch extra eine Latrine bauen ja ich glaube das wäre auch eine Möglichkeit ich habe einen Kubikmeter Platz in meiner Füche ich weiß nicht was ich dort anbringen soll ein weiterer Ofen sieht ja nicht gut aus es steht sozusagen symmetrisch gegenüber des der Werkbank eine Kiste eine Küchenkiste ja ja könnte ebenfalls ich sehe mal was wir so in unseren Vorräten haben was das ist immer angebracht Apropos Vorräte ich bringe ein wenig Glas vorbei hat sich das hat sich das hat aber jetzt das Glas er bedingt in der Grunde ein gut ich bin und ich lege sie einmal hier hin Ich mache uns noch am Ruhm. So. Ich besitze ja auch endlich wieder mal ein Eisenschwert. Saßt ihr bisher keinem? Naja, ich hatte mein altes Eisenschwert an die Wand gehangen, wenn ich mich da nicht ganz irre. Einfach weil es so gut gepasst hatte. Und mir dann vergessen ein neues zu machen. Das ist nicht so gut. Ich dachte mir, es wäre vielleicht eine Verschwendung. Ich denke damit, ich denke mal, damit ich mich nicht immer nur... Ah, jetzt sieht es, ich finde, jetzt sieht es schon viel schöner aus mit den Meerfenstern. So, damit ich mich nicht immer nur mit meinem Haus beschäftige, denke ich, ich mache jetzt immer abwechselnd etwas an meinem Haus und dann etwas in der Siedlung. Ja, es sieht sehr gut aus mit den vielen Fenstern. Sieht sehr herrschaftlich aus. Danke. Ich denke mal, ich baue nun als nächstes eine Latrine. So. Na ja, mein Haus noch nicht ganz fertiggestellt habe. Aber es ist eigentlich... Es ist bewohnbar. Bewohnbar. Ja, müsste bewohnbar nicht reichen. Naja, ich werde noch ein paar Accessoires einbauen. Wo wäre denn ein geeigneter Platz für die Latrine? Hier neben dem Kornspeicher? Eine Latrine neben dem Kornspeicher. Ich denke eher nicht, weiß nicht, vielleicht... Latrine, Latrine. Vielleicht in der Mine. In der Mine? Oder... Nein, ich würde es eher in Meeresnähe oder in Flussnähe machen. Hier. Was hat es dir von diesem Platz...ort? Ich könnte das abweißen in den Fluss leiten. Oder wie wärst du mit hier eher noch mehr an Meeresnähe? Ich finde, das ist sehr abgelegen. Ja, stimmt. Aus demnächst zu einer anderen Raphael's Haus. Das können wir ihm doch nicht zumuten. Ja. Dann machen wir es doch... Ja, dann machen wir es hierhin relativ. Ja, hierhin. Ja. Weil ich hatte auch überlegt, so... Ich mache mir ja auch so meine Gedanken, was man noch so bauen könnte. Und zwar hierhin eine Wassermühle. Oh. Das würde sich auch nicht so gut ergänzen. Vielleicht bauen wir sie auf die andere Flussseite. Aber das wäre dann auch wieder ein Stück abgelegen. Da haben wir... Habt ihr auch wieder recht. Aber ich finde das mit dem abgelegen... Nein, aber ich denke mal, wenn da die Wassermühle ist, könnte eine Latrine... Wenn sie hierhin ist, hier könnte das schon gut sein. Hier auf dem Berg? Ja, so, dann... Hier so. Hm, da oben. Könnte sie irgendwie hinbauen. Es muss ja nur ein kleines Holzhaus sein. Es ist nichts Besonderes. So. Sollte zwei Quadratmeter Innenraum haben. So dürfte es okay sein. So. So, ich mache derweil mal hier... Ebene eine Fläche für mein Schafsfeld. Ah, das ist sehr gut. Dann... So. Ach. Oh, da war die erste Steinschaufel schon kaputt. Das ist nicht so gut. Aber schließlich ebne ich auch eine große Fläche ein, dass das schon klar, dass die Schaufeln da auch kaputt gehen. Apropos, ich muss mal gucken, bis wohin. Will ich jetzt tatsächlich bis hier hin? Ja, doch. Doch, doch, doch. Eine Idee. Haben wir bereits einen Lava-Eimer? Nein. Könnte ich einen beschaffen? Wenn ihr Lava findet, ja. Aber macht keinen Eimer, davon müssten wir irgendwo genügend da haben. Ja, das hätte ich mir bereits gedacht, dass wir bereits einen Eimer haben. Ja, nicht nur einen. Okay. Denn ich hatte eine Idee zum Vernichtung des Codes. Ah. Nein, ich denke, das ist unnötig mit Lava. Übertrieben, meiner Meinung nach. Das reicht doch, wenn wir das in den Fluss leiten. Ich soll das in den Fluss leiten, ne? Okay. An den Grund des Flusses, sagen wir es mal so. Okay, das... Na ja, es ist relativ tief. Es muss relativ weit runtergehen. Um das zu erreichen. Aber ich habe mich freiwillig bereit erklärt zum Bau dieser Latrine, also... Wir sollten allerdings erst mal zu Bett gehen. Okay. Das ist in diese Richtung, ich bin es noch nicht gewohnt, dort zu schlafen. Und in diese Richtung zu laufen. Nun, legt ihr euch auch ins Bett? Ja. Tue ich. Ich habe mir nur so eben noch ein paar Schaufeln gemacht. Werdet ihr brauchen? Hm. Ah. Es ist immer wieder schön, hier aufzustehen. Vielleicht solltet ihr allerdings zwischendurch, während ihr die Latrine auch mal das Feld abernten. Ah, das ist eine gute Idee. Danke. Damit es uns auch nicht an Rohstoffen mangelt. Ja, das... Ich sch affreite. Ja, das ist unser, wiegen Sie nicht. Und dann gehen wir mal. Ich schaff heal,kösch und schaff.